Der kleine Gartenversager vom Glück und Scheitern im Grünen von Stefan Schwarz Wozu brauche ich einen Kleingarten, wenn ich schon groß bin? Als meine Frau noch meine Freundin war, wurde sie eines Tages wie geplant schwanger. Und zwar außerordentlich schwanger. Vorher eine Modellathletin mit einstelligen Körperfettprozenten nahm sie in einem Maß an Umfang zu, dass ich schon dachte, au weia, jetzt hast du als Superwoman Jabba Saad gemacht. Also lockte ich sie, so oft es ging, zum Spazierengehen ins Freie, um ein paar Kalorien zu verbrennen. Dabei kamen wir auch eines Tages in eine nahe Kleingartensparte. Unser Blick fiel auf den Aushang, indem ein freier Garten angepriesen wurde. Wir merkten uns die Nummer, und als wir an diesem Garten vorbeikamen, sah er uns ganz versonnen an und zeigte uns seinen zwischen Buchs und Schilf allerliebst geborgenen und mit Gänseblümchen übersähten Rasenplatz. Ach, seufzte meine runde Freundin, hier könnte unser Baby auf der Wiese krabbeln. Sie legte ihre Hände auf ihren Bauch, und ich legte meine Hände auf ihre. Da machte es, trepp, trepp, im Bauch. Wir sahen uns von Glück verzaubert an. Es hat ja gesagt, rief ich. Lass uns diesen Garten pachten, rief meine Frau hinterher. Gesagt, getan. Das war vor 18 Jahren, und wir sind immer noch zusammen. Meine Frau, der Kleingarten und ich. Die Ehe und der Kleingarten haben viel gemeinsam. Erstens weiß man vorher nicht, worauf man sich einlässt. Zweitens werden beide umso besser, je mehr Arbeit man in sie hineinsteckt. Ebenso wie die Ehe ist der Kleingarten nichts für Weicheier. Wer sein aufgeblasenes Fantasie-Ich schützen will, sollte nicht mal in die Nähe eines Kleingartens kommen. Denn hier tut sich dem angehenden Gärtner eine ganze Welt der eigenen Inkompetenz auf. Er wird Bäume verkrüppeln oder aus Versehen ganz entasten, wo er eigentlich einen Obstbaumschnitt vornehmen wollte. Er wird geteert und in Dachpappe gerollt auf seinem Laubendach liegen, wo er doch eigentlich nur eine tropfende Stelle ausbessern wollte. Er wird auf den Knien durch die Himbeeren robben und beim Gierisch-Auszupfen merken, dass er die jungen Triebe der Himbeeren fürs nächste Jahr gleich mit ausgerissen hat. Und trotz dieser Verzweiflung wird er am Ende des Tages ein besserer Mensch sein. Schon rein körperlich. Kleingärtnerei ist die artgerechteste Haltungsform des Homo sapiens. Auf der ganzen Welt sieht man Hundertjährige in ihren Gärten herumpuzzeln, aber nie in Fitnessstudios. Denn genauso wie das Affenhaus Pongoland im Leipziger Zoo den Schimpansen und Orang-Utans mit viel Baumstammgewirr und Seilgehänge eine ausgetüftelt anregende Umgebung bietet, genauso hält der Kleingarten den Menschen, der ihn pflegt, auf Trab. Er muss klettern, hangeln, bücken, watscheln und knien. Wer schon einmal mit einem Eimer Kirschen in den Zähnen, der ihm die Sicht nimmt, sich aus vier Metern Höhe einen Weg nach unten ertastet hat, weiß, dass dort Muskelgruppen beansprucht werden, die kein Sportanimateur aus dir heraustrainiert bekommt. Doch der Reiz des Kleingartens ist nicht nur ein körperlicher, sondern auch ein seelischer. Und ich meine nicht die bekannte Befriedigung, wie sie eine kleine Ernte oder ein gejätetes Blumenbeet bescheren. Nein, der Kleingarten labt die Seele mit seiner unvergleichlichen Mischung aus Privatheit und Offenheit. Man ist für sich, aber alle können gucken, was man macht oder auch nicht macht. Ich habe schon ganze Ehedispute in den Garten verlegt, nur weil sie dort rücksichtsvoller verlaufen als in der Wohnung. Im Kleingarten muss man sich benehmen und kann sich doch äußerlich gehen lassen. Hier tragen sonst seriöse ältere Herren kurze Hosen aus abgeschnittenen Jeans und Damen laufen in Schlabberhemden rum, die nicht verbergen, dass es auch darunter schlabbern darf. Ein Kleingartenverein ist wie eine Hippie-Kommune aus preußischen Offizieren. Und ich mag das. Obwohl es im Hörbuch manchmal anders erscheinen mag, liebe ich die altertümliche Strenge und das Halten auf Ordnung. Anders als sonst in unserer jugendverliebten Welt ist im Kleingartenverein der Ältere fast immer der Klügere. Denn Gärtnern lernt man durch Scheitern. Und alte Gärtner sind einfach mehr gescheitert. Und deswegen, nun ja, gescheiter. Kleingarten heißt im Jahresverlauf denken. Und vor jede Woche, jeden Monat ein Ich-muss-setzen. Denn was ich im April nicht getan habe, brauche ich im Mai nicht mehr tun. Und die oben erwähnten Kirschen verwandeln sich in wenigen Tagen... ... ... ... Vielen Dank.